Boah, dann wollen wir mal! Ups! Ähm... Was ist zum Geier? Woah, der war jetzt aber knapp! Oh, da hätte ich jetzt rüber springen können! Was? Komm schon! Will nur irgendwie meinen Motor kurz mal ausstellen können! So! Wollt nur meinen Motor eben kurz ausstellen, mehr nicht! Dann hätten wir das nämlich geschafft! Perfekt! So gut, bei dem kann ich eigentlich die Long Gears installieren, oder? Ja, doch! Ich werde bei dem mal die Long Gears installieren! Ähm... Apply! Und, äh... Die lasse ich mal raus! Was? Was? Sieht schon sexy aus, ne? Will ich was sagen? Ich mag den Wagen! Nein! Will ich doch gar nicht! Ich will den da! So, Ravendon! Crush Hour! Warte! Warte, wirklich? Ja doch, Crush Hour! Wollte ich grad sagen! Yay! Wir haben unser Power Shut Mattress! Den will ich haben! Was ist denn das? Secret Race! Oh Gott! Das kann ja was werden! Oh Gott! Das kann ja was werden! Da wollen wir mal! Ach, das ist das Rennen! Jaaa! Das wird easy peasy! Hoffe ich zumindest! Sagen wir's mal so! 2,20! Aber personal best! Sooo! Komm schon! Ab! Gas geben! Durch die Tankstelle fahren! Ist das ein Audi da vorne, oder ist das ein Lamborghini? Es sieht mir mehr nach einem Lamborghini aus! Der war jetzt knapp! Der hat den Kopf einfach gerammt! GG, Alter! Das Problem ist, ich seh ja nicht mal in welchem Gang ich bin! Oder bin ich grade blöd? Nö! Steht da gar nicht! Geil! Wow! Was war das denn jetzt? Nein! Da bin ich nicht runter! Okay, hat sich erledigt! Hehehehe! Nicht mit mir, Dude! Oh, wir werden ihn verlieren! Diese Leute sind gut! Sooo! Komm schon her! Schatten tag down! Yes! Ist doch alles ein bisschen fies! Aber ist mir scheißegal! Aber ich weiß nicht, ob hier die Lamborghini wirklich die richtige Entscheidung war! Was ist das? Aua! Are you seriously kidding me? Wow! Was war das denn jetzt bitte für Bullshit? Ich bin grade durch die Tankstelle gefahren, oder nicht? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ach, komm! Das war so knapp! Ich hätt's fast geschafft! 2,26, okay! Ich hab's eigentlich auf 2,22 geschafft! Was? Oh, das Ding ist sogar besser! Okay! Weißt du was? Na komm! Dann werden wir das nochmal machen! Und ähm... Ja! Whatever! Was zum... Was? Ähm... Wie zum... Geier? Oder was zum Geier ist hier grade los? The fuck, man? Ist hier grade Crash-Party, oder was? The heck war das denn jetzt bitte? Und ich hab instant... My Body Protection... Äh, ne... Impact Body Protection Pro freigeschaltet! Oh, what the fuck! Ups! Jaja... Ich schalte dir mal die Cops da frei! Aber bin ich grad eher freien Fahrt, alter, oder was? Wow! Es ist kein Sprint Race, es ist ein Circuit Race! Und eigentlich will ich grade auch mein Impact Body Protection Pro nämlich eigentlich installieren! Äh, das kann ich grad nicht machen! Ja, komm schon! Da fuck, alter! Alter! Das ist grade ernsthaft ne Crash-Party! Ich weiß grad nicht, was los ist mit dem Spiel! Der fuuuck! Das hab ich auch noch nie gehabt! Ja, genau! Wir haben ja keine Probleme oder so! The fuck?! Habt ihr das gesehen?! Der knattert einfach an mir vorbei und crasht! GG! Ich mein, ich bin ja nicht umsonst grade auf knapp 270 oder so! Egal, wir haben's geschafft! Aber what the heck war das?! Alter Verwalter, Mann! Scheiß, die wandern, Mann! Äh, ja, will ich! Höchst! Woah! Warte, 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 warte! Muss hier raus! Woah, Gott sei Dank! What the heck war das Rennen denn jetzt grade?! Startet man's Spiel neu, startet man's Rennen neu und dann sowas! What the heck, Mann! Alter Verwalter! Und dass ich vor allem nur noch das Aerobody freigeschaltet habe! Ne, Quatsch! Das, ähm... Impact Body Protection Pro! Alter Vater! 213 haben wir! Okay! Okay, doch! Autos haben wir schon! Okay, doch! Na, links! Äh rechts meine ich! Göhö! So, dann bauen wir Mal! Großdrift! Sauber Was? Nein! What the heck? Was war das denn jetzt? Oh, hab ich ein Glück Alter, das war 201,2 The heck Das war jetzt echt die übelste Sorte Glück Okay, die brauche ich nicht Shot Was? Achso, ich hatte die Shot jetzt gar nicht freigeschaltet Achso, okay, nein, die skippe ich Und das Arrow Body Ja, komm Schauen wir mal das Arrow Body So So, ja Ich weiß, ich hab neue Tires Die Inter-Simi aber gerade mal nicht Warte mal Was muss ich eigentlich freischalten für die, äh, Long Gears Äh, warte mal Das war Long Gears Pro Drive und Oncoming Okay Joa, kriegen wir hin Von daher Ist ja nicht wirklich so das Problem Da heck man Ich, ich find das immer noch irgendwie gerade fasziniert dass wir gerade vorhin Gerade vorhin vor allem Ähm Vorhin ein Rennen gehabt haben wo das der reinste Crashparty war und ich hab Instant Body Protection Äh Pro hab ich freigeschaltet Ist das jetzt ein Sprint? Ja, das ist ein Sprint, right? Wow Er fährt sich gerade echt gut Ist doch wie du dich irgendwie in Wow Wow Leck mich doch, Alter Ihr rennt Ihr rattert einfach alle so in mich rein, Alter als ob ich überhaupt als ob ich mein Body Protection Pro noch freigeschaltet hätte Oh, geil Alles klar Komm schon Good, no Ha, ha, ha Was? Wir haben drei Shunt Tankdowns gemacht Nee Zwei Und eins davon ist ein normaler Tankdown gewesen What the heck, Mann? Ey, der Bentley ist ja echt mal ein brachiales Schiff, Mann Ohne Witz Ich mein, der kommt echt larmarschig hoch, ne? Aber wenn er dann erstmal auf Geschwindigkeit ist dann macht er alles platt Achso Wir sind schon hier Okay Hi Wow Lul Meine eigene persönliche Bestzeit GG Ich hab meine eigene persönliche Bestzeit abgeschlossen Wow Äh Nö Wird ich nicht So Ich glaub ein Rennen geht da noch Hoff ich Catch me if you can Äh Drift Attack will ich nicht machen Ich mach das da mal Nennen wir noch ein bisschen 2012 Upsi Alter Auf dem Airfield vor allen Dingen Ah, das ist auf dem hier Oh Gott So Hätten wir die. Hoppala. So, hätten wir die. Nein, ach komm. Was? Schuhe. Was? What the heck? Was? Nein! Ich hab den nur noch getroffen! Eheh! Wow, alter! What the heck? Egal! Scheiß drauf! Machen wir das beim nächsten Mal. Und dann können wir auch direkt beim nächsten Mal direkt einen Most Wanted Race machen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin! Tschüss! 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 Vielen Dank.